er hat das ist die Fiste machen da bis länger Salz streuen um die Welt ist in die Schilder kriegt jeder und die Lippen abschätzen auch zwei Einformen warum 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 die Schilder weil es dann dann sonst nur die Traktoren hochgehen mit Schilder ist Vorfahren Ich erklär es dir gleich, was genau das Hintergrund ist Ja, ich kann es auch erklären Andreas? Ja? Wo wollen wir nochmal spielen? Welcher mit? Herr Wübeter? Wir spielst du nachher noch zocken, oder? Ja, vielleicht, vielleicht aber noch Ey, lass mich hier doch mal in Ruhe ankoppeln, Andreas Ne, jetzt ehrlich Oh ja, du bist gemerkt, nee Ey, jeder, der nichts zu weit ist, macht fliegt Okay, du bist der Erste Raktore, es geht jetzt noch nicht los Oh, du hörst mir auch voll aus Ich glaub nicht, dass er sich von dir deinem Plan durchwürfeln lässt Hast ja gesehen, was mit dem EDS passiert ist Er ist auch geflogen Kann welches gleiche sein Alter, wir kommen jetzt wieder auf Ey, ich wär ansonst Das nervig Ich kann auch nicht dafür, wenn man Nintendo abscheißt Ja, dann müsste das, ähm Wie gesagt, ihr müsst einen Cut machen, wenn es synchronisiert Mann, das ist doch für die Zuschauer langweilig Wenn die drehen Es soll ja so real wie möglich sein Ach, naja, könnte was dazu Ne, Tim? Und außerdem Das langweiligste Spiele Kann man doch machen noch So, alle, die ein Schild haben, stellen sich jetzt Also die zwei Schilder und schon dir haben Stellen sich jetzt mal zu mir, ohne mich zu haben Oh! Ich dachte, du wurdest selbst Du wurdest Ich wach da Hallo, wo ist denn Tim? Verkauf doch mal Tim, wo ist denn alles? Tim, wo ist denn alles? Ja, die ganzen Rest Ja, die ganzen Rest hier Die, die, die Salzstreuer Die ganzen, die Bagger Wo ist denn Tim? Tim, komm zu mir Ihr kommt zu mir Ich bin cool, ey Ey, warte, ich muss noch Ich muss mich noch Komm, ich mach Geh im Verkauf mal ne Rest Ich hab schon mein Rest verkauft Ja, ich hab schon meine Rest verkauft Habe ich Alles, die Salzstreuer So, Nico, wo bist du? Er Er ist da Okay Ähm, Daniel, an welchen Parkplatz gehen wir? Check team Wrestling Okay, alles mir nach M da ist noch gar nicht verkauft irgendwie laut P-Händler Naja auch Timo und nicht der Arme an ganz von der Station zahlreißen nicht mehr stelle ich darauf ein wo er hin er war und an er Prozent nämlich die Doppel an treten an der Prozent ich habe eine Sache nicht an abkab alle Mord von mir schon die Map schon gedauert ich finde den 1 den Chibitz wie sonst war ich hab denn nicht für die Warte das ist das man ist der Heim den MapDop Träler 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 die Welt nicht an die Auge der ist in der Männchen an den aber warte genau warte ich hab ich hab den zufrieden gehalten packen er sieht zwar nur noch geil aus okay wer 4M wäre es noch nicht hier an der Station ich bin gleich da ich mach mich mit Leute ich guck mir das mal an ja Junge ist gut ich war mit Leid und ich kann nicht mehr warum nicht ich hole einen neuen Traktor er in der hat so ein Köln mann wie ja ich hält kann er kurz aufs Entschlager aussteigen damit ich nur zu gucken kann ja ich bin ausgestiegen also regeln sie ganz einfach die Mäste bewegungsunfähig ja ich nehm es nur auf wer bewegungsunfähig ist oder vom Parkplatz runtergestoßen wurde hat verloren der 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 sie kommen zu einer neuen Runde Traktorwrestling mit Bein Team 7 und dem Rest da was auch noch mitspielt der so sind alle bereit die Uhr machen ich bin Schiedsrichter 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 okay die Schiedsrichter sind beide Schiedsrichter sind zu Fuß unterwegs genau ja ich muss noch gut meine Positionen wechseln weil ich sehe nichts wegen dem hässlichen Teil da Nico steigt aus wenn du Schiedsrichter sein willst ich bin Schiedsrichter Andreas ja ja bist du bereit ja ich komme mal rein der Verlagerung abhängig ist das war der Fall kommen jetzt darauf kommen da können bitte ich will mitmachen ja du kannst er auch noch dazu kommen ein Mann und sie wollen mehr in diesem Ort geben Countdown 3 2 1 Tomate los ich habe ja schon losgesagt das ist doch unfair ich wusste nicht ob los oh mein Gott ich versuche es nicht mal nicht auf dem Schiedsrichter nicht auf dem Schiedsrichter nein ich bin nicht draußen da ist Gebäude auch nicht ja komm lass das andere Praktor suchen mit dem hässlichen Gebäude egal alles passt wird es halt schwieriger jaja 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 Praktor Wrestling mein Gott scheiße ich bewärm euch mit Schneebellen wir sehen es aber nicht leider wir sehen es aber nicht leider ich mein Sprück oh oh jetzt sah der auf mich aus irgendwie gerade ich war einfach mal aufs Lado ich war einfach mal aufs Lado Slado oder? es geht dann also alles ran Juhu 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 Wow Juhu 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 eh HHH alle auf dem Rang ja genau der fährt mit 60 km pro Stunde Rückwasser was ist das für ein Mod? und synchronisiert naja dann wäre Alexander auch Tim, 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 ich synchronisiere dann mit anderen Spielern wie bitte? hey, irgendjemand macht da Sport draußen ja Tim, er läuft auf der Stelle ja, er ist auch im Laufbahn ja ich fahr auf der Stelle irgendwie ich steht da aber mein Motor läuft noch äh, Tim äh, lädst du das Video als ein ganzes hoch oder? nein, 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 nicht als ein ganzes also da wären mindestens vier Folgen draus ja, hundertprozent ähm, Alexander hm? nimm dir mal einen Traktor warte mit zwei Schildern A gegen A und T gegen B auf die Plätze stopp wir warten auf Andreas äh, auf Alexander gut aber wir ohne, ohne Tomate, gell ich sag's dir gleich ohne Tomate wieder ja, der Tim, immer hier hey, super komm nicht raus, Tim was kommst du nicht? ich komm nicht raus wo warst? ich bin so am Paarplatz, wo sind zwei warte, ich kauf den einen soll ich einen Countdown machen? nein, 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 ich mache nur zwei neue Schäler da fähren wir nicht geht's, geht's? ja, aber dann weiß keiner von den Spielern wenn, wann es losgeht geht es jetzt? nein, wir warten noch auf Alexander dem kann ich einen Countdown machen? der ist schon hier so geil, oder? den mach ich nein, lass mal Nico alle Blinklichter an die nicht kämpfen dann wüsste er Andreas ja, wann es los geht Alexander, hast du's? kommst du da? warte er steht immer noch um Händler mal erst hinter an A Tim gleich LP Timo, ich halte deine Fresse boah, ganz farb, ey an den Knöckeln hier geht's da ganz auch zu boah, machen wir ein Tag Team Wrestling Daniel gleich Piep ey, wir müssen mal geil mit dem Pistenbully wie in so'n Basin zu machen hatten Themen ich schon, da lag man aufm Rücken und er ist schon dauernd rübergefahren und hat meinen halt schon Brunnschein zu benutzen sechs Kilo hier komm jetzt, wo seid ihr hier, Samir Westen hier oben, Mann guck auf die BDA-Map ihr sehn euch alle aber halt, als an der Station Sarenriss ich warte mal noch auf den Alter, bei wir müssen nach rechts fahren jetzt nach rechts eben auch noch da nach rechts weiter nach rechts und jetzt einfach geradeaus ja hä, nein nach links jetzt nach links nach links nach links nach links nach links nach links ich kenn' die mehr ich kenn' die mehr ich kenn' die mehr ey, wo ist der zweite Schiedsrichter? ja der der Nico ist im Traktor und du bist halt so furcht, weil du immer überfahren werden willst wo ist der denn? wer? der eine muss der eine muss an dem einen Rand stehen der andere ich steh' an dem einen Rand ja aber ich find den ich finde den Mod irgendwie übelst geil weil der so waschbar ist, ne? Timo hat's rausgehauen das war ja auch das war ja auch mein Mod also wir wollten auch mal ein Netzplay zusammen machen und ja ihr redet gerade Andreas, du bist mitten im Spielfeld, ne? ich weiß genau, du musst am Fahrtplatz an du musst mit deinem weißen mit dem Schild hinten mit dem hinteren Schild auf der weißen Linie ankommen ja so, dann mach ich jetzt mal ich mach ich mach ich mach ich mach ich mach du rüber zu Andreas genau, jetzt gibt's ein Tag Team mit Warte, ich komm' erstmal okay, wir machen noch eine Runde eins und dann machen wir Team Daniel und ich okay Warte, lass' mir mal umkehren erstmal ich rutsch' grad zu deutlich das ist immer so bei denen ja, der ist halt nun mal so der fährt mit 60 km pro Stunde rückwärts ich? nein nein, der John Dio Nico? so wie ich Alexandra, so wie ich Nico? wo bist du? wo bist du? ja soll ich den Countdown? ja 3 2 1 los Aaaaah, Attacke! Aaaaah Scheiße, der geht auch nicht Leute, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Server, ok? ich merk's Andreas, du bist draußen, ne doch nicht was? ich bin draußen rausgeflogen, bin zu Schirr und wird gefahren kann wieder einordnen, muss man zu ich auch draußen machen das sind mehr wie 5 Parts Echo zu Tim, wir beide nun noch was, Andreas ist draußen? Alk auch nein, der Andreas ist nicht draußen der Andreas ist wirklich nicht draußen, ich hab gegriffen ja danke weil des Leckertübels ey kurze Pause, bei mir leckt's bei mir auch voll lecker bei mir leckt's nicht, ja jetzt gibt's n wo ich hab bloß ich hab bloß ich krass ein bisschen feige gemacht Andreas, lass es doch mal Mann wer von uns ist noch bewegungsfähig? Ich ich wer von mir runter geht ok, weiter geht ey ja genau immer auf mich hier auch auch aus der Probe eine Schilder an der St als er schild okay ja die 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 Art Strasse bei Man Soren so fahren und den Nein das ist scheiße geworden er hat eine Piste nehmen nein wir haben uns beide rausgekommen Andreas noch eine also ich würde mal sagen ich bin da drin oder ja Andreas ist auch draußen noch ja und beide verloren und er hat gewonnen die Macht und kommt Daniel wir machen das ganze Team ja ich bin meine Hälfte 4 über rüber ich kann und nein da er ein Ort ist zu Andreas und muss ich gar nicht auch in anderen Anwalt ich habe dann die Ecke ist weiß ich wenigstens Lass uns mal die Fahrzeuge reinstellen, die Schäde. Können wir den ganz Schnee unterholen? Nein, das sieht doch gut aus. Oh, ey, bist du im Perkel, ey. Das war nicht so gemeint, Dschungel. Niko, der Countdown. Zwei, zwei, drei, los. In Team, ja, das machen wir jetzt in Team, Daniel ist bei dir. Du, ich ziege. Nein, Schild ist noch drin. Nö, das kann nicht wahr, das kann doch krass sein. Das Schild war noch drin. Ach, der Junge, geht bei mir runter. Ja, kann ich auch sagen. Philipp, Philipp, oh, jetzt krieg ich, ich krieg ne, oh, nein. Nein, nein. Philipp, Philipp, ja. Wo bist du? Wo bin ich? Ich bin nicht im Spiel. Einer. Ja, äh, ich geh jetzt aus der Gruppe im Ausdruck und dann mach mal private Telefonat, okay? Daniel, mach mich nochmal um. Nein, ich bin nur über drauf. Da fliege ich sehr gut. Ja, ich hab noch nicht stehen. Ich hab mich immer umwerfen, bitte. Nein, nicht jemanden retten. Fahr nicht im Käpt'n, wie immer kurz mal rum. Wir fahren systematisch ihn raus. Ich? Soll ich mit deinem? Geil. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Woa! 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 Woa, danke! Du bist so. Draußen! Du auch! Ja, Andreas auch! Wer ist draußen? Andreas oder ich? Ich gut. Du bist draußen. Und Andreas hing fest. Ich auch, scheiße! Ah, danke! Komm, Alex! Mach mal! Ja! Mach jetzt! Ja! Tschüss? Tschüss! Draußen! Oh, Jun! Ich bin auch nicht raus, man steht noch so nicht. Ich bin auch nicht raus, man steht noch so nicht. Ich bin auch nicht raus, man steht noch so nicht. Ich bin auch nicht raus, man steht jetzt oder? Ich bin auch nicht draußen, oder? Ey, ich bin immer. Was ist denn noch, mach mal um? Es ist mit drinnen? Ey, erst du André, ich draußen! Hallo, Alex! Anna, was sagst du? Er ist bei dir. Ja, mein entschuldigung. Alte, Junge, lass dich doch... Lass uns, Hedo! Du bist doch draußen! Der Schiedsrichter sagt, wir sind draußen. Also komm, steig aus. Alexander sagt... Ach du Scheiß! Ich bin für Andreas auch draußen. Hä? Aber... Aber Creeper, zock! Der ist auch draußen, ja. Ey, wir sind draußen. Okay, dann beenden wir das Ganze in diesem Unentschieden. Ja. Ja, auch einverstanden. Dann bin ich dafür, dass wir die Aufnahme jetzt an dieser Stelle beenden. Weil wir schon das gemacht haben. Und ich sag mal danke, dass ihr gekommen seid. Und tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschau!